hallo und herzlich willkommen liebe abonnenten ich bin's euer robert und hier kommt jetzt die nächste folge von sehr hunter wie ihr seht werden wir heute die gänse schießen kommentiert ganze nach hat den folgenden grund weil ich besuch hatte und ich wollte dadurch hunderte geräusche im hintergrund hatte aber gut dass eine andere sache wir wollen ja hier jetzt wie hat mir gefallen wir wollen ja jetzt die gänse jagen und ich habe hier noch einen kollegen red mountain hieß er glaube ja und ihr werdet jetzt halt hier die verschiedensten szenen sehen wie wir da gänse geschossen haben und auch nicht geschossen haben deswegen weiß nicht ob ich das jetzt die ganze zeit kommentieren soll aber ich denke mal nicht ihr könnt euch das ja angucken ich wert hat oder kappt hat so zusammengeschnitten und ich hoffe es gefällt euch wenn es euch gefällt der daumen und sprengt die kommentare liebe freunde und dann würde ich doch einfach schon sagen wir hören uns dann bei der nächsten folge wieder und habt spaß hier freunde bis zum nächsten mal abonnt Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.